Hallo und herzlich willkommen zurück bei Final Fantasy 7 Rebirth. Wo wollen wir hin? Ich glaube in die Richtung. Ach guck mal, hier können wir noch was einsammeln. Und dann bin ich mal gespannt, wie es jetzt weitergeht hier. So richtig viel kann ja eigentlich nicht mehr kommen. Wobei ich wie gesagt nicht genau weiß, wo das Spiel endet, aber... Ich glaube es ist nur noch ein Kapitel. Ich meine, dass Geschehenes im Tempel ein gutes Ende für den zweiten Teil eben abgeben würden. Halle der Belebung. Aha. Dieser Tempel gleicht einer Festung. Und es gibt überall Spuren von Kämpfen. Vor wem hat man sich verschanzt? Umgeheuer? Neid vor den tödlichen Menschen. Aus Angst vor dem alten Volk und Neid auf seine Kraft haben die Menschen alle getötet. Sephiroth. Sam! Fürchtet euch nicht. Er kehrt nur zum Planeten zurück. Ihr werdet euch wiedersehen. Ein schwerverletzter Thing. Son! Bist du okay? Du bist besorgt wegen mir? Sag mir... Bitte eines. Ist das hier... Das verheißene Land? Nein. Ich glaube... Nicht. Verstehe. Schade. Du hast mir... Immer vertraut. Manchmal... Warst du richtig nett. Dieser Sockel ist der Schlüssel. Aber er reagiert nur auf Zetra. Nicht bewegen! Ich muss... Bericht erstatten. Eris. Sieh mal. Hm. Was steht da? Oh Krieger von kühnem Geist. Haltet ein. Kehret in euch. Die tiefrote Spur, die von euch war gezogen, soll euch nähren, neu beleben. Denn Zorn ist, der uns formt, zu was wir sind. Jeder eine eigene Tür? Sogar mit rotem Teppich, was? Wasser klaut. Wir alle werden geprüft. Wir alle. Außer Klaut. Hey! Nicht fair! Ich warte hier. Beeilt euch. Wir bringen das besser schnell hinter uns. Ja. Also, bis später! Hm. Aber es gibt eine Tür, die nicht... Es gibt mehrere Türen, die nicht... Ein... Jetzt bin ich mal gespannt auf die... Schreinende Prüfung. Steht doch da. Äh... Äh... Jetzt sind wir auf Welt umgestiegen. Das hier ist keine bloße Illusion Du hast mehr Hier langs Ah Es ist insofern keine Illusion Als dass ich hier sterben kann Und Hojo selbst Hey, das ist ein glattvolles Testobjekt Aufgefälligst du und zusammen damit um Okay Oh, native Trigger sind in der Hölle. Gut, Nummer 13. Dann komm mal her. Das ist ja so irgendwie gar kein Nutzen. Wir machen weiter. Ja, sehr gut. Schnür das Kätzchen ordentlich fest. Prächtiges rotes Fell. Mehr als würdig für mein 13. Versuchsobjekt. Ah, ich hab's. Ab heute heißt du Red Thirteen. Fangen wir an. Aha, halt still, sonst wird es schief. Also alle durchleben irgendwie ihre schlechtesten Erinnerungen nochmal. Scheint fast so. Wenn sie jetzt in Nibelheim zurück ist. Scheint fast so. Klaut? Klaut? Aber fällt mir auf, dass wir gar nicht Klauts Erinnerungen zurückgekriegt haben, weil sie in Liegelheim waren, dass er mit Deck geflohen ist, oder? Erinner mich jetzt gerade gar nicht mehr dran Papa? Nicht! Papa, bleib hier! Papa, bleib hier! Papa! Papa! Ihr Monster... Sephiroth... Soldaten... Marco... Shinra... Sie alle... Ich hasse sie alle! Das dürfte dann der Tod ihres Bruders sein? Oder ihres Partners im Integrate DLC... Cool bleiben, Yuffie! Einfach cool bleiben! Scheffin, wir fallen auf! Zieh die Krallen lieber wieder ein! Ja, die Integrate DLC... Lass uns dieses Mal etwas vorsichtiger sein, Scheffin! Wir sollten unnötige Kämpfe vermeiden! Du bist einfach zu ungeduldig, Scheffin! Irgendwann rächt sich das! Wir müssen uns... Wie ist es? Wir müssen uns... Wir müssen uns einig, die Krägerin sehen! Und wir müssen uns einig, die Krägerin sehen! Ich schaffe das. Ich weiß nicht mehr genau was das mit dem Entgegnet auf sich hatte. Aber so nun hat er sich geopfert, damit wir entkommen können. Was er für eine Type ist, weiß ich nicht mehr. Wir haben ja noch die Schildkultur nicht besiegt gehabt, meine ich. Wenn du ihn dir nicht holen kommst, dann muss ich ihn eben für mich behalten. Nein. Ja. 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 Was ist denn das bitte für ein Film? Ich bin zu Hause. Nun ja, fast. Oh, Barrett! Wieder zurück! Schönen Feierabend, Barrett. Es ist wirklich ein Segen, dass wir nun den Reaktor haben. Willkommen zurück, Barrett. Was wäre unser Dorf nur ohne dich? Ab nach Hause mit dir und in die Waffe. Mina freut sich schon auf dich. Willkommen zurück! Ist das das erste Mal, dass man sie sieht? Siehst aus, als würdest du Gespenster sehen. Mina! Was ist denn in dich gefahren? Du bist sicher erschöpft. Komm rein! Mina! 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 gezwungen, nochmal extra verlangsamten Passagen, wo die nur irgendwie humpeln können. Das ist so katastrophal. Ich verstehe natürlich, dass er sich zu dem Zeitpunkt in einem geschwächten Zustand befindet, aber muss das sein. Mina! Verdammt! Was ist das denn für Eingriff? Mit ihrer Mutter? Oh! Nächster Halt, Slums von Sektor 4. Vorsicht an den Türen. Sieht fast genau so aus wie sie. Es wird alles wieder gut. Mama! Eris! Hast du Lust auf einen kleinen Ausflug? Wohin denn? An die frische Luft, damit wir mal richtig tief durchatmen können. Wirst du dann wieder gesund, Mama? Brauchst du dann diese ganzen Spritzen nicht mehr? Ja, Schatz. Da bin ich mir sicher. Dann los! Da bin ich mir vor. Alles okay, Mama tut mir leid schade um den ausflug Mama warte hier ich hole einen arzt ha hallo viel glück und weiß ja wie es ausgeht Meine Mutter ist krank frag jemand anderen gibt es hier einen arzt Können sie mir helfen? Können sie mir helfen? Hilfe kannst du dir abschminken Können sie mir helfen? Gibt es hier irgendwo einen Arzt? Tut mir leid, keine Ahnung Gibt es hier einen Arzt? Gibt es hier einen Arzt? Wo ist ähm die Radoptivrotor? Die wird doch mit Sicherheit hier irgendwo sein Aber wir fragen einfach alle Können sie mir helfen? Ab nach Hause mit dir, du Göre Alles okay? Was ist das? Mir geht es gut. Gibt es hier vielleicht einen Arzt? Ich wohne leider etwas abseits. Ich kenne mich hier nicht so gut aus. Ach so. Um was geht es denn genau? Ist nicht so wichtig. Danke. Ich gehe zurück. Mama wartet. Wie du meinst. Ich möchte Mama warten leider nicht mehr. Mama, es tut mir so leid. Ah, Chintra ist schon da. Ich bin gleich wieder bei dir. Pfff! Mama! Eris, ich muss zurück zum Planeten. Hm? Sei bitte nicht traurig. Vergiss nicht. Ich werde immer bei dir sein. Nein, Mama, bleib hier! Unser Ausflug! Wir wollten auch einen Ausflug machen. Kann ich Ihnen helfen? Meine Tochter, bringen Sie Eris in Sicherheit. Wir müssen hier weg. Wir müssen hier weg. Mama! Mir gefällt das nicht. Mama! Hermann, mir hört es weg von hoje. Hach sie, da陆ree. Ich bin da weg. Wollt ihr euch nicht? Wir sind ein schwerer於s. Naja, ich muss da hin. Was ist das?